Sportklassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Endlich aufs Eis. Harry Großpiech kann es kaum erwarten und dreht schon mal eine Runde zu Hause im Garten. Der Dauerfrost hat aus seinem Swimmingpool eine kleine Privateisbahn gemacht. Ich war dieses Jahr nicht dazu gekommen, den abzubauen. Und die letzten Winter waren alle sehr, sagen wir mal, sehr mild. Und da habe ich überlegt, warum ihn jetzt noch abbauen. Letzten Jahre kommt man schon im Frühling schon fast in den Pool gehen, so warm war es. Und dass jetzt dieses Jahr noch mal so eine Kältewelle kommt, da konnte ja keiner mit rechnen. Umso besser, dass das Becken noch dastand. Harry Großpiech aus Wemmeer ist nämlich begeisterter Eisläufer. Er genießt die große Freiheit auf der vielleicht kleinsten Eisbahn Ostfrieslands. Viel Platz ist da ja nicht. Für einige Bahnen reicht es dem 44-Jährigen aber. Und sicherer als in freier Wildbahn ist es auf dem Pool auch. Also die ersten Eisflächen werden langsam hart. Man muss noch vorsichtig sein. Ich warne auch immer davor, zu früh aufs Eis zu gehen. Man sollte echt warten, bis es richtig durchgefroren ist. Es sind noch viele offene Stellen. Wir haben gestern schon geguckt. Und es wird langsam was, aber noch ist es nicht so weit. Auch die ostfriesischen Behörden raten zur Vorsicht. Vielerorts trägt das Eis noch nicht. Gut dran ist, wer zu Hause den Pool hat stehen lassen. Sorry. Schön war's.